Ich bin gleich um die Ecke, ja? Also in einer Viertelstunde bin ich da und dann, genau. Entschuldigung, Sie sind doch... Der Richter aus dem Fernsehen. Heute ist mein Name. Sie wollen sich ein Autogramm oder ein Selfie? Nee, ich brauche Ihre Hilfe. Ich kann nicht mehr zu Hause bleiben. Wieso können Sie nicht mehr zu Hause bleiben? Sie können gerne du sagen. Auf jeden Fall will ich mich von meinen Eltern scheiden lassen. Du willst was? Mich von meinen Eltern scheiden lassen. Das habe ich denn heute Morgen auch schon gesagt. Das ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Das war so überhaupt nicht. Ich habe dich hundertmal gefragt, ob zwischen dir und deiner Arbeitskollegin was läuft. Und du hast mich hundertmal angelogen. Ich vertraue dir einfach nicht mehr. Ich will die Scheidung. Mein Gott, es war ein Ausrutscher. Aber wenn du das willst, dann musst aber du ausziehen. Und die Mädchen, die bleiben bei mir. Bei dir und deiner Neuen. Lisa und Anna kommen mit mir. Schatz, tut mir leid, dass du das jetzt mit anhören musstest. Aber du und Anna, ihr bleibt bei mir. Ich gehe mit keinem von euch mit. Ich lasse mich jetzt von euch scheiden. Und jetzt hättest du gerade meine Hilfe als Richter. Wie ist denn dein Name? Lisa Kreisler. Also Lisa, hör zu. Juristisch geht das gar nicht. Man kann sich nicht von seinen Eltern scheiden lassen. Aber es muss doch irgendwas möglich sein. Ich kann nicht mehr zu Hause bleiben. Weil deine Eltern sich scheiden lassen? Weil mein Leben eine Katastrophe ist. Es ist übertrieben grausam, wie meine Eltern sich verhalten. Also wenn das so ist, dann solltest du dich einfach zuerst mal ans Jugendamt wenden. Bei dem scheiß Jugendamt war ich schon. Die glauben mir eh nicht. Vielleicht hilft es ja, wenn ich mit dem Jugendamt rede. Das würden Sie tun? Also mal ganz langsam. Ich kann dir überhaupt nichts versprechen. Nur, dass ich mit deiner Sachbearbeiterin spreche, wenn du mir ihren Namen sagst. Danke, Herr Holz. Mir hat mal ein kluger Mann gesagt, wenn ein Kind in Not um Hilfe bittet, dann schau nicht weg. Ich weiß ja nicht, ob Lisa mir wirklich alles gesagt hat. Vielleicht hat sie auch übertrieben. Vielleicht ist das alles ein ganz normaler Streit mit ihren Eltern. Aber wie groß muss sie diese Not empfinden, dass sie tatsächlich auf die Idee kommt, sich von den eigenen Eltern zu trennen? Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe liegen bei uns primär beim Jugendamt. Und das ist die erste Adresse, an die ich mich jetzt auch wenden werde. Herr Rhein, Sie müssen Herr Holt sein. Danke, dass Sie Zeit haben für mich. Ja, ehrlich gesagt nicht für Sie, Herr Holt, sondern für das Mädchen. Die Lisa Kreisler, sie macht auf mich, naja, also nicht gerade einen verwahrlosten Eindruck, aber die hat ganz sicher ein Problem. Ja, dann bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, Lisa Kreisler, ich glaube auch, dass sie ein Problem hat. Aber ich glaube auch, dass nicht die Eltern das Problem sind. Kennen Sie denn Lisas Eltern? Lisa war vor circa vier Wochen das erste Mal hier gewesen und hat mir erzählt, wie unglücklich sie zu Hause ist. Das habe ich natürlich sehr ernst genommen, habe mich mehrfach bei der Familie umgesehen. Peter Kreisler ist ja ein temperamentvoller Mensch. Seit 18 Jahren mit Svenja verheiratet, beide sind glücklich mit ihren Kindern. Also, auf mich wirken die beiden, ja, wie etwas besorgte, wenn auch überforderte Menschen, aber die alles für ihre Kinder tun würden. Also, eine Kindeswohlgefährdung kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Ja, aber trotzdem hält es Lisa nicht mehr zu Hause aus. Ja, Lisa ist in der Pubertät. Sie testet ihre Grenzen aus und sie ist intelligent genug, um Menschen gegeneinander auszuspielen. Frau Kreisler hat heute Morgen bei mir angerufen und mir gesagt, dass eine Scheidung im Raum steht. Und Sie meinen, das ist der Grund für Lisas Verhalten? Naja, das ist möglich. Ich glaube aber auch, dass die Eltern alles tun werden, um den Schaden, der jetzt für die beiden Mädchen entstehen könnte, so gering wie möglich zu halten. Meinen Sie, ich könnte mit den Eltern mal sprechen? Bestimmt. Wie gesagt, das sind alles ganz normale, aufgeschlossene Leute. Und ich wäre trotzdem vorsichtig. Inwiefern? Damit nicht Sie zu Lisas Spielball werden und Lisa sie einsetzen kann, wie es ihr gerade passt. Keine Sorge. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wie kann es sein, dass Frau Junge vom Jugendamt einen völlig anderen Eindruck von der Familie vermittelt als Lisa? Also entweder schaffen es die Eltern, das Geschick zu vertuschen, dass es massive Probleme gibt. Oder Lisa lügt. Aber warum sollte sie dann so weit gehen, das Jugendamt zu verständigen und mich als Richter aufzusuchen? Liegt hier wirklich eine Kindeswohlgefährdung vor, die nur das zuständige Jugendamt gar nicht erkennt? Da gibt es nur eins. Ich muss versuchen, mir selbst ein Bild von dieser Situation zu machen. Guten Tag. Meine Tochter hat Sie allen Ernstes als Ihren Rechtsanwalt engagiert. Oh Mann, Herr Holt ist Richter, nicht Anwalt. Ich habe ihn nur um juristische Hilfe gebeten. Ja und für was brauchst du juristische Hilfe? Weil mir hier ja keiner zuhört. Ich bin vorher gerade bei Frau Junge vom Jugendamt gewesen und die hat mir bestätigt, dass ihre Tochter bei Ihnen gut aufgehoben ist. Man braucht sozusagen mittlerweile eine Bestätigung vom Jugendamt, dass man gut genug für die eigene Tochter ist. Peter, hör auf. Ja, aber Lisa macht auf mich einen unglücklichen Eindruck. Und wenn ich mir das erlauben darf, sie hat sich beschwert, dass sie nicht altersgerechte Kleidung trägt. Also nicht so wie ihre Klassenkameraden oder wie ihre Schwester. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Sag mal, was trägst du da eigentlich für alte Sachen? Ich kriege ja von euch nichts anderes. Ha, so Fräulein. Du bekommst also von uns keine Kleidung? Und was war vor zwei Wochen, als ich mit dir und Anna shoppen war? Was soll denn da gewesen sein? Ach, ja. Na warte, wir haben ja hier einen Richter am Tisch und ich habe Beweise. Ich habe über 300 Euro ausgegeben für Klamotten. Und ich habe auch noch die Kassenbelege irgendwo. Aber das war ja eigentlich wirklich alles für mich. Oder für dich, Mama. Anna, was redest du denn da? Die Wahrheit. Ihr habt immer Anna bevorzugt. Aber die hat wenigstens den Mut, es zuzugeben. Anna, geht's noch? Was erzählst du denn da für Geschichten? Was habt ihr beiden euch da ausgedacht? Nichts ausgedacht. Das ist die Wahrheit. Jetzt reicht's aber. Wir drei, wir werden später noch ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Moment, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir drei uns einfach mal unterhalten würden und ihr beiden wartet währenddessen mal in eurem Zimmer. Ich fasse es einfach nicht. Svenja, jetzt wartet doch. Möchten Sie auch einen Schluck? Danke, also für meinen Geschmack ist es noch ein bisschen Brügel, Alkohol. Du? Lisa lügt's. Und jetzt hat sie auch noch ihre Schwester dazu gebracht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Das liegt alles an dieser komischen Hip-Hop-Gruppe. Was auch immer Lisa da macht. Wenn Sie mich fragen, machen die dort alles Mögliche. Aber nicht tanzen. Wir hatten schon einmal den Verdacht, dass Lisa dort mit Drogen, also mit Marihuana in Kontakt kommt. Also damit könnten wir uns noch abfinden. Aber dass Lisa zu einem deutlich älteren Mann ins Auto gestiegen ist, damit habe ich ein Problem. Was heißt das? Naja, wir hatten letztens einen Ausflug zur Oma, also zu Svenjas Mutter geplant und Lisa meinte, sie könnte nicht mitkommen. Stattdessen wollte sie mit einer Freundin zusammen lernen. Das klingt doch eher nach einer fleißigen Schülerin. Nein, Lisa lernt nicht mit Freundin zusammen. Nie. Naja, wie auch immer. Es kam mir irgendwie komisch vor. Und dann bin ich ihr einfach, ja, ich bin ihr gefolgt. Ich kam dann zu diesem Proberaum dieser Hip-Hop-Gruppe und plötzlich kam ein Wagen vorgefahren. Es war offensichtlich, dass beide dort verabredet waren. Und konnten Sie sehen, wer da im Wagen war? Nein, ich habe ihn leider nur von hinten gesehen. Dunkle Jacke, dunkle kurze Haare. Aber es war auf jeden Fall ein Mann. Aber wie gesagt, durch die Scheibe konnte ich ihn nicht genau erkennen. Was für ein Wagen war das? Das war ein weißer Kombi. Das Nummernschild habe ich leider auch nicht, weil als ich auf die Idee kam, es zu notieren, waren beide schon losgefahren. Naja, und wir hatten Angst, dass Lisa gar nicht mehr mit uns redet, wenn sie erfährt, dass Peter ihr gefolgt ist. Lisa ist sicher kein ganz einfaches Mädchen. Nee. Naja, sie war schon immer sehr impulsiv und hatte ihren eigenen Kopf. Aber, naja, seit ein paar Wochen geht gar nichts mehr. Hören Sie, ich weiß von Ihren Eheproblemen und dass möglicherweise eine Scheidung ins Haus steht. Das ist für Kinder nie ganz einfach. Das Jugendamt bietet auch Hilfsprogramme an. Unter anderem Hilfe zur Erziehung in der Familie. Naja, bis jetzt haben wir unsere Probleme immer noch ganz gut selbst in den Griff bekommen. Naja, das wäre alles einfacher, wenn uns Lisa einfach sagen würde, was sie wirklich auf dem Herzen hat. Also, wenn Sie einverstanden sind, würde ich jetzt ganz gern mit Anna und mit Lisa allein sprechen. Manchmal ist es ja einfacher, mit einer außenstehenden Person zu sprechen. Okay. Lisas Behauptung, dass ihre Eltern sich nicht um sie kümmern und sie verwahrlosen lassen, wird von ihrer Schwester gestützt. Aber die Eltern schienen mir ehrlich verzweifelt über diese Vorwürfe. Auf der anderen Seite hat es mich schon stutzig gemacht, dass die Eltern in dieser Situation die mögliche freiwillige Hilfe des Jugendamtes gar nicht in Anspruch nehmen wollen. Wer sagt in dieser Familie die Wahrheit und wer lügt? Also, ich habe den Eindruck, in dieser Familie gibt es irgendetwas, was niemand offen ausspricht. Und wer ist diese mysteriöse männliche Person, mit der Lisa sich heimlich trifft? Anna, ich würde gern mit dir reden. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht sagen. Hm. Du könntest mir zum Beispiel sagen, ob das mit dem Shoppen gelogen war oder nicht? Ähm, nee, das hat schon gestimmt. Was habt ihr denn eingekauft? Ähm, ein Job für mich und eins für Mama. Könnte ich die beiden Sachen vielleicht mal sehen? Anna, es wird bestimmt helfen, wenn du mir jetzt mal ganz ehrlich sagst, was da eigentlich wirklich zwischen dieser und dir vor sich geht. Ich darf Ihnen das nicht sagen. Wer verbietet dir, mit mir zu sprechen? Bitte hören Sie auf zu fragen. Anna. Bitte. Okay. Meinst du, Lisa könnte mir weiterhelfen? Ja. Wo finde ich die denn jetzt? In ihrem Zimmer? Ähm, nee, im Garten. Da ist sie mal, wenn sie alleine sein möchte. Sagen wir mal, wie ist denn das mit Lisa und dir? Versteht ihr euch gut? Es tut mir leid, dass ich nicht bereit war. Genügend Zeit, mir dir zu teilen, als es ging. Denn jetzt ist es so weit, dass ich breit. Okay, ich hab verstanden. Mach's gut, Anna. Ich schreib dir dieses Lied. Aber man sagt, du wirst nicht hören. Man sagt, du rufst dich aus. Und niemand darf dich stören. Ich könnte beschwören. Ich würde dich stören, wenn ich nur könnte. Oh, ich habe sie gar nicht bemerkt. Ich wollte dich auch nur ungern stören. Na ja, ganz aktuell ist die Scheibe nicht. Das ist für mich eine ganz besondere CD. Eine besondere? Persönliche Gründe. Ach, und deswegen hörst du ja auch auf dem Discman und nicht auf dem MP3-Player. Ich habe keinen MP3. Bei uns gibt es für sowas kein Geld. Jedenfalls nicht für mich. Lisa, jetzt pass mal auf. Deine Eltern sind mit der ganzen Situation genauso unglücklich wie du. Aber darüber redest du nicht. Und deine Schwester verschweigt mir was. Ich weiß jetzt nicht, worauf sie hinaus wollen. Lisa, gibt es irgendein Geheimnis in deiner Familie? Irgendwas, was ich wissen sollte? Wer ist zum Beispiel der Mann, zu dem du ins Auto gestiegen bist? Bei der Hip-Hop-Gruppe, da hat er doch auf dich gewartet, oder? Was? Das ist doch nur eine Geschichte, die meine Eltern erfinden, um von sich selbst abzulenken. Da ist kein Mann. Kein Mann? Kein Freund oder so? Ist das ein Verhör? Ich denke, sie wollen mir helfen. Wie soll ich dir denn helfen, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst? Also, da ist wirklich kein Mann. Ich habe auch keinen Freund. Ich will hier einfach nur raus. Lisa, dir ist schon klar, dass du erst mal in ein Heim kämpfst, wenn du wirklich hier ausziehst. Ja, ich weiß auch schon, in welches. Jugendeinrichtung St. Katharina. Gar nicht weit von hier. Die haben zwei- oder drei Bettzimmer. Und neben der Schule kann man noch Kurse belegen. Außerdem haben sie einen Riesengarten. Du hast dich schon informiert? Natürlich. Ich muss doch wissen, wohin ich komme. Ich weiß nur noch nicht, wie. Also, eigentlich muss das Jugendamt ja tätig werden, wenn du sie darum bittest. Aber für eine sogenannte Inobhutnahme brauchst du dann schon auch noch die Zustimmung deiner Eltern. Vergessen Sie es. Die stimmen niemals zu. Dann müsste das Jugendamt das Familiengericht einschalten. Aber dazu müssten gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls des Kindes oder der Jugendlichen vorliegen. Ich muss vor Gericht? Ja. Und das kann Wochen oder Monate dauern. Also zumindest, wenn kein konkreter Anlass für eine Einmaßnahme vorliegt. Konkrete Gründe? Die hassen mich. Wie konkret denn noch? Du, es geht nicht um Shoppen oder ob du einen MP3-Player hast. Das kommt nur in Frage, wenn eine konkrete Verletzung vorliegt oder eine körperliche Gefahr für dich. Hm. Ich verstehe. Nach dem Gespräch mit Lisa gestern habe ich nochmal mit ihren Eltern geredet. Die haben mir versprochen, ihre Eheprobleme erstmal hintanzustellen, um zu verhindern, dass sie ihre Tochter verlieren. Die Gefahr besteht wirklich. Denn Lisa hat mich gestern nochmal angerufen und hat mir klar gemacht, dass sie es zu Hause einfach nicht mehr aushält. Sie will sich unbedingt von ihren Eltern scheiden lassen. Sie will ins Heim. Gut, Lisas Wunsch ist das eine. Ich fühle mich vor allem ihrem Wohl verpflichtet. Und da ist für mich das Heim der letzte Ausweg. Wenn es aber gelingt, die Probleme der Kreislast zu lösen, dann kann ich die Familie vielleicht retten. Aber dazu muss ich erstmal herausfinden, was hinter Lisas Wunsch, ihre Eltern zu verlassen, wirklich steckt. Und dazu bin ich jetzt zu ihrer Hip-Hop-Gruppe gefahren. Vielleicht finde ich hier ja mehr raus. Okay, nochmal von vorn. Fünf, sechs, sieben, acht. Stopp, stopp. Sebastian. Mach mal die Musik auf. Zum hundertsten Mal. Gesagt ist es Step rechts, Cross und rüber. Und du musst Arme und Oberkörper mitnehmen, sonst sieht es einfach nach nichts aus. Entschuldigung, dürfte ich Sie mal kurz sprechen? Äh, ja. Mach mal einmal ohne mich bitte, ich komme gleich wieder. Entschuldigen Sie, dass ich Sie in der Probe hier störe. Mein Name ist Alexander Holt. Ich bin hier wegen Lisa Kreisler. Oh, Lisa, da muss ich Sie leider enttäuschen. Die war schon länger nicht mehr hier beim Tanzen. Das ist sehr interessant. Und wissen Sie, warum nicht? Wissen Sie, in dem Alter, da wechseln die Kids ihre Interessen schon mal. Das heißt, bei Lisa war es, glaube ich, eine unglückliche Love-Story. Und wer ist dann der Unglückliche? In dem Fall Lisa selbst. Aber, Entschuldigung, warum wollen Sie das alles wissen? Ah, Entschuldigen Sie, ich bin Richter. Lisa hat mich um Hilfe gebeten. Ist das in Schwierigkeiten? Sagen wir mal so, nicht mit dem Gesetz. Aber wer ist denn jetzt Lisas Romeo? Er ist hier, es ist Sebastian Rahner, der Langhaarige da hinten. Sebastian, kommst du mal bitte her? Okay. Hallo, du bist also Sebastian Rahner? Ja. Alexander Holt, ich bin Richter. Ich würde dir ganz gerne ein paar Fragen zur Lisa stellen. Ich mache es auch wirklich kurz. Wusstest du, dass Lisa Schwierigkeiten mit ihren Eltern hat? Nee, nicht wirklich. Eigentlich geht mich das auch gar nichts an. Habt ihr mal irgendwas geraucht oder sonst Drogen genommen hier in der Hip-Hop-Gruppe? Ah, darum geht's. Kein Stress. Hier geht's wirklich nur um die Musik. Da war mal einer, der hat gekifft. Aber den hat Joachim gleich wieder rausgeschmissen. Lisa ist nicht auf Drogen. Ich auch nicht. Sag mal, der, den Joachim rausgeworfen hat, ist das der, mit dem sich Lisa ab und an trifft? Hä? Quatsch. Die hatten gar nichts miteinander zu tun. Sie meinen den... Ja? Ach, egal. Habt ihr euch letzten Sonntag hier getroffen? Ist Lisa zu dir ins Auto gestiegen? Ich habe überhaupt keinen Führerschein. Können Sie ja nachprüfen. Ich weiß nicht, mit wem Lisa sich trifft. Ich will es auch gar nicht wissen. Wenn Sie was über Lisa wissen wollen, fragen Sie Lisa selbst. Danke für diesen Typen. Ich hoffe, es wird was anderes geben. Denn jeder Tag ist jeder Tag zu viel. Ja, jeder Tag zu viel. Ja, jeder Tag zu viel. Ich weiß zwar noch nicht, worum es geht, aber so viel ist klar. In Lisas Leben gibt es etwas, worüber sie nicht spricht. Das kann mit ihren Eltern zusammenhängen, kann aber auch eine komplett andere Ursache haben. Lisas Schwester will nicht darüber reden. Ihr ehemaliger Tanzkollegin will nicht darüber reden. Und Lisa selbst schon gar nicht. Was verbirgt Lisa? Wir haben doch immer über alles reden können. Anna, was ist los mit euch? Sag mal, ist dir eigentlich klar, dass du gestern gelogen hast? Im Gegenwart eines Richters? Sag mal, setzt Lisa dich unter Druck oder was? Nein, wieso sollte sie sowas machen? Lisa will ausziehen. Und ihr könnt uns beide nicht ins Gesicht sagen, warum. Irgendetwas Schlimmes muss doch passiert sein, Anna. Anna, sprich mit mir. Ihr seid doch wirklich ein bisschen ungerecht zu Lisa. Ja, aber wir sind doch nicht so streng zu Lisa, dass sie zum Jugendamt laufen muss, sich irgendeinen Richter zur Hilfe holt und was weiß ich nicht noch alles. Frag doch mal sie. Ich sag nichts. Aha. Es gibt also doch etwas, was ihr beiden uns nicht sagt. Kreisler? Oh Gott. Ja, ja, sicher, sicher. Ja, sie können mich jederzeit erreichen. Ja, danke Ihnen. Auf Wiederhören. Was ist passiert, Peter? Lisa. Psst, sie ist einfach in der Schule zusammengebrochen. Wahrscheinlich der Kreislauf. Was? Oh mein Gott. Aber, pass auf. Sie sind schon auf dem Weg hierhin. Lisa wollte von dieser Frau vom Jugendamt abgeholt werden und nicht von uns. Was? Mein Gott, Lisa, was ist denn passiert? Frau Kreisler, bitte nicht. Ich habe Lisa versprochen, dass sie alleine sein darf. Sonst wäre sie nicht mitgekommen. Ich kann einfach nicht mehr. Was haben wir denn falsch gemacht? Ja. Lisa hatte kein Essensgeld dabei, um sich in der Schulkantine was zu kaufen. Das geht anscheinend schon die ganze Woche so. Das ist ja ein absoluter Albtraum. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass das Jugendamt eine Inobhutnahme in Betracht zieht. Das ist doch total ehrsinnig. Natürlich bekommt Lisa von uns Essensgeld. Fragen Sie doch Anna. Vergessen Sie, fragen Sie die besser nicht. Herr Kreisler, ich verstehe, dass das jetzt alles nicht einfach für Sie ist. Aber ganz ehrlich, Lisa macht überhaupt keinen guten Eindruck auf mich. Ja, auf mich auch nicht. Sie müssen herausfinden, was das Mädchen wirklich bedrückt. Und dazu müssen Sie ehrlich sein. Auch zu sich selbst. Was immer es ist, es ist ernst. Ja, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Was ich Ihnen jetzt sagen muss. Ab jetzt werde ich auf Sie und Ihre Familie ein Auge haben. Lisas Wohlbefinden ist meine Aufgabe. Ich finde alleine heraus. Guten Tag. Peter Kreisler hier. Hallo Herr Holt. Hallo Herr Holt. iani Hammer. Ja, danke schön. Ciao. Ciao.